Gratulation, der Echo Jazz in Ihrer Hand. Dürfen wir ihn mal so richtig sehen. Na klar. So sieht er aus. Gefällt es vom Design? Ja, ich wusste natürlich auch vorher schon, wie das Ding aussieht. Man schält ja darum immer mal drauf und es ist gut, den in der Hand zu halten. Was war das für ein Moment, jetzt auf die Bühne zu gehen, den zu bekommen, vor diesen ganzen Menschen hier zu sein? Ist das was, was man gerne macht oder ist man, nein, ich mache lieber Musik und ja. Ich mache beides gerne. Also ja, Musik zu machen steht natürlich an erster Stelle, aber es ist auch einfach mal schön dafür, irgendwie geehrt zu werden und sich ein bisschen feiern zu lassen. Das ist schon ein toller Abend. Apropos feiern, es geht ja gleich noch weiter drinnen und auf der Aftershow-Party. Was ist denn so Ihr Plan für heute Abend? Haben Sie ein paar Freunde noch hier, wo Sie sagen, mit denen möchte ich feiern? Ja, so ein Abend ist eigentlich immer ein ziemliches Familientreffen mit Kollegen. Also es ist, man kennt ja doch irgendwie die meisten Musiker oder einige und lernt an so einem Abend immer noch neue wieder kennen. Und ja, entweder man trifft sich bei Festivals oder bei solchen Events wie heute Abend und insofern wird es, glaube ich, eine lange Nacht. Das hoffen wir auch. Wir wünschen ganz viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.